Montana Black, Kayla S. H. Wax hat katastrophalen Unfall, bricht sich beide Arme in Live Show. Was ist passiert? Die Vermutungen haben sich bestätigt. Bei Montana Blacks Show am 11. Dezember hat sich Kayla S. H. Wax beide Arme gebrochen. Bei einer der Challenges sollten die Teilnehmer SternInnen ohne Hilfsmittel eine Wall of Paint durchdringen, eine mit Erde befüllte Wand. Während Knosse und unsympathisch TV mit roher Gewalt Erfolg hatten, verletzte sich die 20-Jährige katastrophal und musste von Sanitätskräften versorgt werden. Der Unfall von Kayla S. H. Wax überschattete das Finale der Escape Show. Direkt nach der Show meldete Montana Black auf Twitter, dass Kayla S. H. Wax vom Krankenwagen abgeholt wurde. In der Nacht auf den 12. Dezember meldet sich die YouTuberin auf Instagram und gibt ihren Zustand preis.